bei mir bei dem Schaf ja sonst vielleicht dort drüben wo das alte Haus da steht schon da ein schönes Häusern hin fürs Lager also quasi bei uns hier raus so ein Weg mal unsere Fischer Plattform auch anschließen zum Beispiel so ein Weg geradeaus und dann eine Abzahlung links zur Fischer Plattform genau mal unten ein schönes Quartal irgendwie raus wie viel Platz mein Mann ja ich würde so einen zwei breiten Weg machen oder drei drei Inden also oder oder zwei Inden ja zwei sollten rein oder hier so raus oder weiter nach links bisschen ran brauchen wir ja vom Haus ja die Frage ist machen wir das gleich mit Cobblestone irgendwie oder bei Cobblestone haben wir Holz scheitert noch ein bisschen weil sieht Cobblestone auch glaube ich ein bisschen besser aus als Brücke ja weil dann haben wir nicht die Gefahr dass alles abfucket so und bleibt es da muss man auch ein bisschen denken ja ja wo haben wir denn unser guten Tool da Sturmwand so ähm hab ich gar keinen mit ja Mensch wenn man freundlich ist und er seine ja Mensch seine Geschenke nicht akzeptiert ich wieder Haare ist kaputt Haare ist kaputt ganz dein ich hab kein ich hab kein ich bin ich bin so da schnitt ist die die wollen nicht ich bin ich bin ich bin er wird sich noch passen eben er die rauskommen hey perfekt oder nach wo hängt ich denn zack badadadam heute wird ich für den Zaun auch schon genügend vorerst mal so irgendwie rein theopraktisch ja dann müssen wir das später dann sowieso irgendwann mal schöne machen aber es schaut schon schön aus am Anfang schon mal getan ja kannst jetzt nichts sagen aber Stein stiegen dann ist das alles perfekt so ein Stein Portal scharf nach links das ja auch so ist wie kann man es vorerst mal gelten lassen wir sagen entweder ein Zaun oder schon eine Mauer Mauer wäre man ja lieber ein Quieter und wäre man gesichert von einem Monster weil ein äh bekannst ja Stein Zaun bauen das wäre eine Mauer ja weil ich möchte komplett zu dann kann man auch die Skelette uns irgendwie nichts machen oder wenn man halt irgendwie klar ist ähnlich zu 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 hohen Glasportal das ist ja eine offene Decke haben und offene Seitenfenster und halt nur oben diese Strecken wie man es hat mit Klasse zu bestern ja wir haben nix zu viel Glas vorher hast du nur noch einmal mit den Arbeiten was wir haben wir mussten einmal schön bauen wir haben kein Geld dafür wenn es dann nicht geht geht dann kannst du ja schon mal anfangen verstehe wie das ist so krieg wenigstens meine decke mal mehr drin ich hab mal zuerst zu die wand zu kriegst ist wichtiger das ist sehr schön noch mal gut betrachtet eigentlich eigentlich ist schon schön eigentlich wir haben das gesehen jetzt nur eine halbe ewigkeit und das wird das schön ist was anders aber selten ist es ja in erster linie selten sowas hat halt niemand so zwei erbreit ist hat auch scheiße ich das was ich doch dreier machen ja und krebs aus aber unten kehn klasse oder steine ja und will ich stein machen dann später vielleicht eben schönere stein richtigen stein so schaut schon mal recht schön aus weil wenn die spinne oben lang krabbelt wer auf einen drauf fällt draußen traumhaft zu was ich traumhaft darf an dem tag schlagen keine ahnung falls uns schlägt so ein katz mich nicht angegriffen dich auch nicht am tag greifen spinn ich ja recht ganz was neues das muss ja einmal sagen das musst du wissen mein junger ich könnte sie ja einfach und die zu stellen fragen für eine class sollte entschicken ja ich lass es durchgehen solang es kein clearglas ist ich sehe das jetzt hier nicht so lang es nicht komplett clearglas ist es mir egal es zerstört sich das hat sich ja schieselglas immer erhalten ja das ist halt glaube ich das einzige was borderless ist alle müssen worden das ist irgendwie scheiße weil da kann ich gar nix da rein tun was du siehst deswegen da ist ein glas drinnen schön da anders ist wirklich nix dass da was drin ist hat man noch so alternativen werden halt noch die alternative sowas zu nennen in der mitte hat irgendwelche striche jetzt auch bei den siehst es im eigenen nicht dass da ja weil das sind jetzt wiederum andere glas scheinen dritte das ist so ein kleines Kompens das kann doch gleich wechseln das ist die scheiße so was ja das war ja gerade die vielleicht als kleines Sichtfest auf irgendwas überwachen willst aber es ist richtig eine große Wand hey wo kommt nur her frei war somit welches kann ich sonst die ganze er wollte nur auf der ID schon oder F3 und H oder auf Namen Glas Kärnt Kärnt Glas Moment umstellen weiterlesen wir es uns jetzt nicht ganz 5 das ist 5 wenn ich das jetzt so drüben platziere das ist 5 und das andere ist auch 5 ja wahrscheinlich dasselbe bitte so als selbes erkennen das klas light klas das streaks aber ich habe ja vorhin genau das gleiche rausgenommen vielleicht ist es nur von der einen seite so moment mal wenn ich das jetzt hier auf dem protestplatz das ist komplett anderes klas 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 das oder es ist der was probieren ich glaube ich hatte das das wie das klasse dass das anders aussieht und nämlich die ganze Zeit das tun macht keinen Sinn Frage wegen des Glases ja man das glas wird schon passen aber das ist ohne rand gleich ich leg Krotzholz nach ne glas glas hast du ja nicht genommen qualit irgendwas glas in der Uhr auch nicht das ist halt das glas soll das sein problem ist wir kriegen das halt auch nicht raus bist du dir sicher dass du das aus denen hier gebaut hast es gibt das glas nicht ja das ist halt das tolle daran ja das schiesel ja hast du das vielleicht selbst gekraftet oder ist das mit dem schiesel rausgenommen da bin ich aus dem schiesel rausgenommen du siehst ja auch oben schiesel gibt es das halt nicht was ist wenn du auf die glasscheibe gehst passt ja aber jetzt hast du das wieder aber was war das für eins es ist einfach das borderless nur wenn du mehr zusammenschließt von dem borderless nämlich vierer block dann wahrscheinlich streifen erst also einfach das grau borderless vermutlich ja ja genau das war gerade die ganz verwirren das muss erst mal wissen ich gehe mal zur query schauen was die macht über der wahrscheinlich auch schon überfüllt sein wieder oder hat sie vielleicht keine kohle mehr es kann auch sein das soll jemand wissen der so dumm ist wie wir die war voll ich habe zwei kohle noch frage wegen des glases aber sie ist fertig der re ist fertig spring mal in deinen tod dafür haben wir ein offenes dach das finde ich sehr toll gut denn das sind unsere dritte wende sind immer noch nicht fertig und jetzt haben wir das probleme möglich umstellen da musst du deine kompletten filter nur einstellen meine filter aber halt dein jetzt auf einmal ne du hast einfach die umstellen für dich ich habe keinen bock doch ja klar wie ist deine bohrste ich kümmere mich um den fluch ne 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 doch doch matthias nein frederick fahr einfach matthias frederick das ist nicht matthias bau sein matthias haben wir alle schlechte erinnerungen ich aus lachen hey und an das skelett was mich gerade irgendwo herabgeschossen hat die 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 fand es wäre jetzt richtig cool wenn man halt jetzt wirklich sich hier hinsetzen können zu einer realität und können durch diesen gang da streiten geniesung windzug von oben merken durch dieses offene dach und hat das eine riesen spinne oben haben das ist ja kein problem das macht gar nix so aus klar das ist ein bisschen sand in den ofen rein und schon einmal glas das macht dann unsere farm da macht überhaupt nur was ich will ganz gern kann hat sich ja nie jemand drum gekümmert hat sich ja nie jemand drum gekümmert hat sich ja nie jemand drum gekümmert